Hey Leute, heute bin ich bei meinem Kumpel Andi Stadler, bei seinem Motorrad Stadler. Wir bauen heute, weil der KTM Rahmen leider nicht kommt, bauen wir heute eine Herkules Prima 2 um, damit die aussieht wie eine HZ Sonderedition. Wird geil. Schauen wir mal, dann zeigen wir euch mal, wo wir hier arbeiten. Das ist der Andi. Servus. Und bei ihm dürfen wir heute das Ganze machen. Marco ist leider nicht da, weil Marco ist in Österreich eingesperrt und wir sind ja hier leider in Deutschland. Alter, der ist vorbei. Ok. Alright. So. 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 A few moments later A few moments later A few moments later A few moments later A few moments later